Der genaue Unfall hergegangen ist noch Sachstand der Ermittlungen von der Polizei. Es ist ein Baum quer über die Fahrbahn gewesen und ein PKW ist damit politiert. Er ist wegen der Wakanbühne vermutlich umgestürzt. Er war nicht zu befreien. Das war bis jetzt der vierte Einsatz. Die Sache waren die Wakanbühnen. Der Patientin ist abtransportiert. Wir übernehmen jetzt noch die Absicherung vom Fahrzeug bis zum Abschritt. Und bei denen eingetroffen ist, wo die Fahrbahn rücken würde. Das ist gerade in Absprache mit der Polizei, ob die B20 dann komplett gesperrt wird oder ob man sie wieder befahren kann. Spannende Angelegenung Untertitelung des ZDF, 2020